Was geschah mit den überlebenden Todessern nach der Schlacht von Hogwarts? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit den Todessern befassen und insbesondere mit den Ereignissen und den Todessern, die sich nach dem Zweiten Zaubererkrieg abspielten. Nach der Schlacht von Hogwarts gab es nur noch eine entscheidende Tatsache. Lord Voldemort war tot. Mit seinem Ende war die Zaubererwelt endlich von dem Terror befreit, die sie in den letzten Jahrzehnten bis ins Mark erschüttert hatte. Das Töten von Lord Voldemort löste jedoch nicht alle Probleme, denen Harry und seine Zaubererfreunde gegenüberstanden. Denn es existierten immer noch zahlreiche Todesser, die lebendig und munter waren und niemand weiß genau, was aus ihnen geworden ist. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf einige der gefährlichsten Todesser aus der Schlacht von Hogwarts und gucken mal, was mit ihnen passiert ist. Beginnen wir mit Amykos Karrow. Als Lord Voldemort den Staatsstreich gegen das Zaubereiministerium anführte, nutzte er seine neu gewonnene Macht, um seine Agenten in Machtpositionen überall in der Zaubererwelt zu platzieren. Einer dieser Agenten war Amykos Karrow, ein herausragender dunkler Zauberer, der einst an der Seite des dunklen Lords während des Ersten Zaubererkrieges in den späten 70er Jahren gekämpft hatte. Ähnlich wie Lucius Malfoy und viele andere Todesser, die den ersten Zaubererkrieg überlebt hatten, verbrachte Amykos nicht seine Tage damit, nach seinem besiegten Meister Lord Voldemort zu suchen. Stattdessen verbrachte er die Jahre damit, sich im Schatten an der Seite seiner Schwester Alekto zu verbergen. Erst als Lord Voldemort dank Peter Pettigrews Zaubertrank wieder einen physischen Körper hatte, kehrte Karrow zur Gruppe zurück. Danach schloss sich Amykos erneut den Todessern an, die eine Schreckensherrschaft über ganz Großbritannien ausübten. Dann wurde er auch noch Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Doch nach der letzten Schlacht, bei der Voldemort von Harry Potter getötet wurde, stellt sich die Frage, wo ist Karrow gelandet? Die allgemeine Annahme lautet, dass er in Azkaban inhaftiert wurde. Ähnlich wie die Todesser aus dem ersten Zaubererkrieg, wurden auch die dunklen Zauberer aus diesem Konflikt in das Zauberergefängnis geschickt, um dort lebenslänglich zu verweilen. Aber kann es nicht auch sein, dass Amykos Karrow entkommen ist? Amykos wurde in eine wohlhabende und angesehene Familie reinen Blutes hineingeboren. Falls er genug Abstand zwischen sich und die Auroren des Ministeriums bringen konnte, hätte er sicherlich die Mittel gehabt zu fliehen. Wenn es ihm gelungen wäre, aus dem Ravenclaw-Turm zu entkommen, wo er während der Schlacht um Hogwarts gefangen gehalten wurde, könnte Amykos sich unbemerkt davon gemacht haben, ohne dass jemals jemand wieder von ihm gehört hätte – vor allem, wenn er die Hilfe seiner Schwester gehabt hätte. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Todesser. Alekto Karrow Alekto Karrow, die Schwester von Amykos, teilte ein ähnliches Schicksal. Genau wie ihr Bruder spielte Alekto eine bedeutende Rolle als Todesserin während Voldemorts Kampagnen im zweiten Zaubererkrieg. Während der Dunkle Lord allmählich die legalen Befugnisse des Zaubereiministeriums untergrub, führte Alekto Missionen durch, um den Rest der britischen Zaubererwelt so verängstigt zu halten, dass Widerstand zwecklos erschien. Schließlich erhielt sie eine Professur in Hogwarts unter der Leitung des neuen Schulleiters Severus Snape. Jedoch endete Alektors Amtszeit an der Schule nach einer turbulenten Karriere mit der Schlacht von Hogwarts. Gemeinsam mit ihrem Bruder wurde sie im Ravenclaw-Turm eingesperrt. Da sie nicht an der berühmten Auseinandersetzung in den unteren Gemächern des Schlosses teilgenommen hatte, bot sich Alekto einen kurzen Moment lang die Möglichkeit zur Flucht. Mit Amykos an ihrer Seite würde es der dunklen Hexe nicht schwerfallen, sich durch die Ruinen von Hogwarts zu navigieren und einen Weg rauszufinden. Möglicherweise hätten sie einen Kurs durch den verbotenen Wald genommen und die Eisenbahnschienen entdeckt, die sich durch den Wald schlängelten. In diesem Fall wären die Geschwister jedoch direkt zu Voldemorts Lager gelangt und hätten sich zweifellos ihrem Meister bei seiner letzten Belagerung des Geländes angeschlossen. Aber wenn es ihnen gelungen wäre, ihm zu entkommen, hätten das Ministerium oder seine Auroren wahrscheinlich wenig unternehmen können, um die Carrows daran zu hindern, den Rest ihres Lebens unter neuen Identitäten zu leben oder einfach das Land zu verlassen. Kommen wir zum nächsten Todesser, Augustus Rookwood. Augustus Rookwood zählte zu den furchterregendsten Verbündeten von Voldemort und war während des zweiten Zaubererkriegs einer seiner ältesten Anhänger. Rookwood hatte eine einzigartige Rolle in der Riege der Todesser. Er fungierte als Maulwurf im Zaubereiministerium. Um bei seinen Feldzügen gegen die Zaubererkollegen erfolgreich zu sein, musste Voldemort natürlich zahlreiche, einflussreiche Mitarbeiter des Ministeriums für seine Sache gewinnen. Augustus Rookwood war dabei besonders herausragend, da er in der Abteilung für Mysterien tätig war, einem Ort, der die Geheimnisse, der Gedanken, der Liebe, der Zeit und des Todes bag. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass Augustus' Position als unsäglicher im Zaubereiministerium eine der wertvollsten Errungenschaften Voldemorts war. Vielleicht trugen Augustus' Forschungen sogar dazu bei, Voldemorts eigene Wiederauferstehung zu unterstützen. Während der Schlacht von Hogwarts begegnete Augustus seinem Meister, als er sich mit Albus Dumbledores jüngerem Bruder Everforth anlegte. Bei dieser Konfrontation wurde Augustus überwältigt und genauso wie die Carrow-Geschwister endet auch hier seine Geschichte. Die meisten gingen davon aus, dass er entweder gestorben ist oder schnell nach Azkaban gebracht wurde. Aber was, wenn nicht? Wir wissen bereits eine Menge über Augustus' Vergangenheit. Als Unsäglicher hatte er Zugang zu altem, arkanem Wissen und Spitzenforschung. Abgesehen davon, dass er Voldemort half, die Prophezeiung von Harry Potter in die Hände zu bekommen, könnte Augustus, wie bereits erwähnt, noch viel mehr erfahren haben. Wenn Rookwood es irgendwie geschafft hätte, die Reise nach Azkaban zu vermeiden, hätte er sich davon gemacht, ähnlich wie die Sympathisanten der Todesser, die nach der Schlacht ihr ganz normales Leben weiterführten. Im Gegensatz zu diesen anderen hätte Augustus jedoch weiter für die Sache kämpfen können und seine Forschungen fortsetzen können. Die Unsäglichen waren von Natur aus ein Rätsel. Auch wenn wir nicht viel über ihre Arbeit und ihre einzigartigen magischen Talente wissen, können wir sicher sein, dass Rookwood nicht nur die Todeskammer kannte, sondern auch die Zeitkammer, zumindest während seiner Zeit im Zaubereiministerium. Sollte ihm die Flucht gelungen sein, wäre es nicht allzu weit hergeholt anzunehmen, dass er möglicherweise alleine versucht hätte, einen neuen Vorrat an Zeitumkehrern herzustellen, ähnlich denen, die während der Schlacht in der Abteilung der Mysterien zerstört wurden. Wenn es ihm gelänge, einen zu bauen, könnte er möglicherweise in der Zeit zurückreisen und versuchen zu verhindern, dass Voldemort Harry Potter tötet, ähnlich wie Delfini, die Tochter des Dunklen Lords in das verwunschene Kind. Fenrir Greyback Fenrir Greyback mag wie ein gewöhnlicher Todesser aussehen, aber das war er nicht. Obwohl er eng mit Voldemort und seinen dunklen Zauberern zusammenarbeitete, gehörte Fenrir eigentlich nicht offiziell zur Mannschaft. Stattdessen schloss sich der Wehrwolf Voldemort an, da sie ein gemeinsames Ziel verfolgten. Den Umsturz der bestehenden Machtstruktur in der Zaubererwelt. Ähnlich wie Tom Riddle hegte Fenrir eine Abneigung gegenüber Zauberern. Diese zeigten Vorurteile gegenüber Wehrwölfen und behandelten diejenigen, die mit Lykantrophie infiziert waren, als eine Art Ungeziefer, das ihre Gemeinden terrorisierte. Fenrir war nicht nur beleidigt, sondern auch wütend über diese Ideologie. Er machte es zu seinem persönlichen Ziel, so viele Zauberer wie möglich mit Lykantrophie zu infizieren, um eine Armee aufzustellen, die groß genug war, um das Zaubereiministerium zu vernichten. Allerdings kam all dies während der Schlacht von Hogwarts zum Stillstand. Dort besiegten Ronald Weasley und Neville Longbottom Fenrir und anschließend wurde der Wehrwolf wahrscheinlich in magische Ketten gelegt und in eine Zelle nach Azkaban eskortiert, sofern er nicht in der Schlacht getötet wurde. Aber was, wenn Fenrir wirklich überlebt hat? Am Ende der Schlacht wäre seine Legion von Wehrwölfen stark dezimiert gewesen, dank Dumbledores Armee. Fenrir müsste sich also neu formieren. Doch er konnte nicht so dreist vorgehen, wie während Voldemorts Aufstieg zur Macht. Jetzt war es an der Zeit, dass Fenrir wieder in den Schatten zurückkehrte und sein Leben im Verborgenen führen musste. Wenn er klug war, hätte Fenrir die gesamte Zauberergemeinschaft gemieden. Das bedeutet, dass Greyback um seine Wehrwölfe und seine Armee wachsen zu lassen, genau das tun musste, was er verachtete, und zwar Muggel jagen. Fenrir hätte zwar in England bleiben können, um seine Ziele zu erreichen, jedoch war dies ein ruskantes Unterfang. Da die magische Gemeinschaft durch Harry Potters Sieg gestärkt wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis Zauberer und Hexen einen Anstieg von Muggelgeborenen, Wehrwölfen bemerken würden. Falls Fenrir klug war, würde er das Land verlassen und Kurs auf einen instabileren Teil der Welt nehmen. Möglicherweise könnte Greyback in den Osten reisen, zu den ländlichen Städten. Dort könnte Fenrir nach Herzenslust jagen. Im Unterschied zu Zauberern und Hexen, die seine typischen Opfer waren, müsste er beim Muggeln äußerst vorsichtig sein. Ohne Magie an ihrer Seite sind die Muggel auf moderne Medizin angewiesen, um sich selbst zu heilen. Und diese ist nicht immer in der Lage, Wehrwölfsverletzungen zu behandeln. Wenn es Fenrir gelungen wäre, eine echte Wehrwolf-Armee mit tausenden von Mitgliedern aufzubauen, hätte er wahrscheinlich das Zaubereiministerium in England ins Visier genommen. Wie wir wissen, verfolgte er die gleichen Ziele wie Voldemort, eine neue Ordnung herbeizuführen. Während der Zweite Zaubererkrieg die Gemeinschaft der Zauberer verwüstete, könnte Fenrirs neuer Wehrwolf-Aufstand vielleicht sogar noch schlimmere Auswirkungen gehabt haben. Und das war's mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, abonniere doch gerne den Kanal und lass ein Like da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.